was geht youtube chris hier zurück mit dem neuen escape from tarkov video und heute mit dem thema schwarze körperteile und ihre auswirkungen das thema ist interessanter als sie jetzt wahrscheinlich denkt wir wollen darauf eingehen was genau passiert wenn man schwarze beine hat schwarze arme hat was gibt es noch für feinheiten die man vielleicht nicht direkt im sinn hat wenn man jetzt spielt dass man zum beispiel nicht mehr gehen kann ohne schmerzmittel das weiß man eben bei dem schwarzen bein aber was passiert denn genau wenn man schwarze beine hat noch zusätzlich und auch bei schwarzen armen was sind noch nebeneffekte die einem vielleicht unbekannt sind und außerdem möchte ich darauf eingehen wie sich schaden auf den körper verteilt wenn man weiterhin schwarzes körperteil geschossen bekommt und macht vielleicht überhaupt einen unterschied ob man mehrere schwarze körperteile hat oder nur eins und ich glaube ja wie gesagt das thema ist interessanter als es euch gerade vorstellen könnt und deshalb würde ich mich freuen wenn ihr dran bleibt bevor wir jetzt loslegen aber noch mal ganz kurz zur info für alle die meinen kanal das erste mal sehen ich mache zurzeit ausschließlich escape from tarkov videos darunter eben sehr viele how to escape from tarkov videos also guides zu dem spiel und außerdem stream ich live auf twitch wenn ihr also mehr von diesen videos sehen möchtet dann lasst mir ein abo da und klickt die glocke an damit ihr über neue videos informiert werdet und wenn ihr mir live im stream irgendwelche fragen stellen wollt oder mir einfach mal beim zocken zuschauen wollte und euch mit mir unterhalten wollt dann folgt mir auf twitch link findet ihr in der video beschreibung fangen wir mit dem ersten schwarzen körperteil an und zwar mit dem bein wir haben jetzt ein schwarzes bein und ich denke jedem ist bekannt dass man mit einem schwarzen bein eben nicht mehr rennen kann und nur noch humbeln kann also auch nicht ganz normal gehen kann ich kann diesen effekt mit schmerzmitteln unterdrücken das heißt wenn ich schmerzmittel genommen habe kann ich wieder rennen kann ganz normal gehen allerdings bekomme ich schaden wenn ich dann renne wie viel genau das wollen wir gleich noch mal ansprechen außerdem kann ich nicht richtig springen ich kann nur so ja wie soll man sagen so halb hoch hüpfen auch das lässt sich mit schmerzmitteln wieder verbessern und außerdem kann ich nicht mehr schleichen wenn ich wenn ich versuche wirklich langsam zu schleichen dann mache ich trotzdem noch geräusche und das ist für jeden soweit hörbar also für langsame spieler ist es dann keine option mehr und das ganze bleibt bestehen auch wenn ich schmerzmittel genommen habe also eigentlich normal gehen kann dann kann ich trotzdem nicht mehr schleichen der schaden den ich den ich beim rennen nehmen der ist fast ja nicht zu vernachlässigen also man sollte natürlich schon aufpassen aber man kann sagen auf eine halbe minute rennen verliert man zehn prozent der lebenspunkte und die werden gleichmäßig von jedem einzelnen körperteil abgezogen das heißt was ich da halt tatsächlich nicht beachten muss ist dass irgendwie ein körperteil zuerst schwarz werden würde es wird alles gleichmäßig prozentual runtergezählt das heißt zehn prozent vom kopf zehn prozent vom thorax und so weiter und so fort und nicht immer die gleiche punktzahl von jedem körperteil wo ich aber aufpassen muss ist dass mein thorax nicht auf null runter geht denn das würde mich sofort töten und was mir natürlich auch bewusst sein muss ist je weiter mein thorax runter geht desto einfacher ist es mich zu töten das heißt das wäre so ein körperteil das man wenn man denn irgendwas gezielt hochheilen muss weil man zum beispiel nur noch wenig heilungszeug dabei hat dann wäre das der thorax jetzt fragen sich die ein oder anderen wahrscheinlich auch nimmt man mehr schaden wenn man zwei schwarze beine hat und rennt und das habe ich natürlich auch getestet und ja man nimmt mehr schaden wenn man zwei schwarze beine hat und rennt und in etwa 50 prozent mehr also nicht das doppelte wie man vermuten mag sondern circa 50 prozent mehr schaden übrigens einfach nur um das mal klar zu machen ich habe vorher gesagt eine halbe minute rennen wichtig ist dass die distanz zählt die man rennt das heißt wenn ich jetzt zum beispiel mit einer mit einem schwert in der hand oder mit einer pistole in der hand renne und dann schneller bin oder wenn ich ohne rüstung renne dann lege ich eben in der gleichen zeit eine höhere distanz zurück und dann ist auch mein schaden höher man kann aber so sagen dass auf 100 meter rennen etwa das auf 100 meter rennen etwa 7 8 prozent der gesundheit verloren gehen und bei zwei schwarzen beinen sind es auf 100 meter gute gute 12 13 prozent bevor jetzt die frage kommt ich habe auch getestet macht es einen unterschied ob man mit viel oder wenig gewicht unterwegs ist und nein es macht keinen unterschied der schaden bleibt der gleiche kommen wir zum nächsten körperteil und zwar den armen die arme haben für den kampf sehr sehr gravierende auswirkungen was jeder weiß ist man fängt an zu zittern und kann nicht mehr so einfach zielen das lässt sich teilweise noch relativ gut kompensieren wenn es dann aber in den in den entfernungs kampf geht dann wird es schon schwieriger was allerdings noch passiert ist dass der schwarze arm bzw schwarze arme die ergonomie zerstören das heißt ergonomie ist ein wert den man in der waffe hochleveln kann oder den man hoch modden kann und dieser wert bestimmt wie laut der ton ist den man macht wenn man eine waffe hochhebt wie schnell man die waffe ran imt und wie wie viel zeit es braucht bis man beim aimen bis man beim aimen stamina verliert wenn jetzt mal schaut links unten auf den auf den balken wenn ich die waffe anlegt mit schwarzem arm das geht extrem schnell runter mit einem gesunden arm ist es viel viel besser so außerdem wenn ihr jetzt die waffe hin und her schwenkt seht ihr die ist deutlich träger als vorher das heißt wenn ich jetzt hier rechts von mir jemanden höre und ich will die waffe auf ihn rüber schwenken dann braucht die waffe ein bisschen bis sie hinterher zieht das ist viel viel einfacher wenn man keinen schwarzen arm hat und wenn man aus der hüfte schießt dann wird die natürlich deutlich ungenauer wenn man zwei schwarze arme hat wird der effekt in allen bereichen noch mal schlechter also ich brauche noch länger um die waffe anzulegen die waffe wird noch träger im im schwenken ich von dir noch schneller meine stamina wenn ich anlege und so weiter und so fort und ich werde euch hier mal ein paar clips nebeneinander legen wie das aussieht zwischen gesunden armen einem kaputten arm und zwei kaputten armen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt ist halt der Fall, jede kleinste Beschädigung am Kopf ist dann Feierabend. Also ihr könnt den besten Helm der Welt aufhaben, ihr könnt den eigentlich direkt irgendwo in die Ecke pfeffern und aus der Versicherung wiederbekommen, weil der Helm wird euch nicht mehr schützen. Der kleinste Einschlag am Helm, der eigentlich euch auch retten würde, selbst wenn es nur ein Shotgunschuss ist, der euch ganz leicht streift, würde euch umbringen. Und deshalb ist natürlich auch so ein schwarzer Kopf nicht ganz lustig und ziemlich gefährlich. Ich würde dann auf jeden Fall jedem Kampf aus dem Weg gehen. Im Thorax haben wir gerade schon angesprochen, das einzige Körperteil, was nicht schwarz werden kann, ohne dass ihr sterbt. Bei Kopf und Thorax ist es so, wenn die durch einen Schuss sofort schwarz werden, also sämtliche Lebenspunkte verlieren, das sind beim Kopf nur 35, wenn da eine Kugel reinfliegt, dann ist sofort tot. Wenn es ausblutet, ist es okay. Beim Thorax ist es allerdings so, in beiden Fällen, egal ob ich den mit einem Schuss runterschieße auf 0 oder wenn der ausblutet oder anderweitig langsam auf 0 läuft, bin ich tot. Also Thorax, wie gesagt, das einzige Körperteil, was nicht schwarz werden kann. Und jetzt möchte ich mir mit euch noch anschauen, was es denn mit dem Schaden auf sich hat, der entsteht, wenn man zum Beispiel ein schwarzes Bein hat. Und auf dieses schwarze Bein werden weiterhin Schüsse abgefeuert. Und ja, wie sich das Ganze dann verhält und wie man das alles ausrechnen kann, auch wenn das natürlich im Spiel keiner macht. Bevor wir jetzt hier loslegen, muss ich mich an der Stelle bedanken bei Veritas, denn ohne den wäre ich auf dieses Thema eigentlich gar nicht mehr gekommen. Denn ich hatte meine feste Meinung davon, wie Schaden auf schwarze Körperteile noch verteilt wird, die allerdings, wie sich jetzt rausgestellt hat, nicht korrekt ist. Ich hatte die Meinung, weil Nikita damals gesagt hat, das ist der Weg, wie sie es gemacht haben und ich habe das so nie überprüft und man merkt mal wieder, dass das nicht richtig ist. Veritas war in seinem Stream und hat dann angefangen, Tests zu machen zu diesem Thema. Und weil ich gerade da war, habe ich mich natürlich beteiligt, weil ich wollte selbstverständlich auch wissen, wie das funktioniert. Und wir haben dann verschiedene Tests gemacht, beziehungsweise er und einer seiner Jungs haben Tests gemacht und ich habe mir halt die Tests angeschaut und habe immer wieder meine Ideen eingeworfen, wie das Ganze denn jetzt zu verstehen ist, was wir da gesehen haben. Und am Ende war die Formel, mit der ich dann rausgekommen bin, auch die korrekte, sodass ich ja letztendlich bei der Lösungsfindung auch einen guten Anteil dran hatte. Und ohne Veritas wäre das ganze Thema aber nie wieder aufgekommen, deshalb Veritas an der Stelle herzlichen Dank. Wer ihn nicht kennt, unbedingt folgen, amerikanischer YouTuber, ich mache einen Link unten in die Videobeschreibung rein. Und an der Stelle auch nochmal erwähnt, NoFoodAfterMidnight, der Data Miner, der sämtliche Munitionswerte und andere Werte aus den Spieldateien zieht. Und ohne den die Frage wohl auch nicht mehr bei Veritas gelandet wäre, ebenfalls sein Twitch-Kanal unten in der Beschreibung verlinkt. So, und jetzt legen wir los. Ich erkläre euch jetzt, wie funktioniert Schaden auf bereits schwarze Körperteile. Okay, jetzt wird es kompliziert und ich hoffe, dass alle mitkommen. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Also, wir haben Arme, Beine und Bauch. Alle fünf können schwarz werden und alle fünf, wenn sie nochmal beschossen werden, können natürlich keine Punkte mehr verlieren. Und man will aber auch nicht den Schaden einfach verschwinden lassen, sondern der soll sich natürlich auch auswirken auf den Körper und auf die Gesundheit. Stellt euch vor, ihr steht vor einem, dem schießt ihr den Magen schwarz und alle Schüsse gehen in den Magen und der stirbt einfach nicht. Das wäre natürlich auch blöd. So, jetzt macht es einen Unterschied, ob ihr in den schwarzen Magen geschossen bekommt, auf einen schwarzen Arm oder auf ein schwarzes Bein. Denn die Höhe des Schadens, die nachher verteilt wird, hängt davon ab. Das heißt, wir haben bei Armen einen Multiplikator von 0,7. Ich erkläre euch gleich, was das sein soll. Beim Bauch 1,5 und bei einem Bein 1,0. Der Multiplikator ist jetzt wichtig, um die Schadensmenge zu bestimmen, die verteilt wird auf den Körper. Nehmen wir mal an, wir haben eine Patrone, die 70 Schaden macht. Wenn ich jetzt auf das Bein geschossen bekomme mit einer Patrone, die 70 Schaden macht, ist 70 der Wert, mit dem wir rechnen. Bekommen wir auf den Bauch geschossen mit einer Patrone, die 70 Schaden macht, dann müssen wir das Ganze 1,5 nehmen. Also der Multiplikator von 1,5 und so kommen wir raus bei 105 Schaden. Wenn wir natürlich auf einen Arm geschossen bekommen, dann wird es weniger, dann wird aus den 70 Schaden 49. Jetzt ist es aber nicht so, dass diese Punkte, die ich gerade genannt habe, einfach von den verbleibenden Körperteilen abgezogen werden, sondern jetzt wird prozentgerechnet und das ist der Grund, weshalb das Ganze so verrückt geworden ist und auch ein relativ komisches Thema geworden ist. Weil was jetzt wichtig ist, sind die Maximalgesundheitspunkte. Das sind 435. Jetzt haben wir eine Patrone aufs Bein, die macht 70 Schaden. Multiplikator von Bein ist 1,0, also 70 ist der Wert, mit dem wir rechnen. Und jetzt wird gerechnet, wie viel Prozent von diesen 435 sind denn diese 70. Und dann gehen wir her und finden raus, dass 70 Schaden auf 435 16,09 Prozent sind. Und jetzt wird hergegangen und von jedem verbleibenden Körperteil 16,09 Prozent abgezogen. Bedeutet, jedes Körperteil verliert gleich viel prozentual. Also es geht nicht um Punkte, sondern prozentual verliert jedes Körperteil gleich viel. Und dass das eine Körperteil gar nicht mehr existiert, das interessiert dabei gar nicht. Und wer jetzt so ein bisschen weiter gedacht hat, der wird sich die Frage stellen, okay, was ist aber, wenn ich jetzt irgendwie zwei schwarze Beine habe? Oder alle Arme und Beine sind schwarz? Oder im ganz krassen Fall nur noch der Oberkörper existiert? Es macht keinen Unterschied. Es macht tatsächlich keinen Unterschied. Wenn ich nur noch einen Oberkörper habe und man schießt mir in das Bein, dann verliere ich ebenfalls 16,09 Prozent meines Schadens oder meiner Lebenspunkte vom Oberkörper. Wenn ich nur ein Bein schwarz habe und man schießt mir drauf, verliere ich an allen Körperteilen 16,09 Prozent. Ich bin aber dadurch nicht näher am Tod dran, wie wenn ich nur noch den Oberkörper habe. Also da ist von meiner Warte aus bei Battlestate dann doch schon ein riesen Fehler unterlaufen, weil ich glaube schon, dass das Ganze sich so ein bisschen aufaddieren sollte. Das heißt, wenn ich nur noch aus Oberkörper bestehe und ich bekomme einen Schuss auf mein Bein, dann sollte mein Tod sehr viel wahrscheinlicher sein, als wenn ich nur ein Bein verloren habe und bekomme weiterhin aufs Bein geschossen. Ihr versteht wahrscheinlich, was ich damit ausdrücken möchte, weil wir hatten ja gelernt, der Oberkörper, sobald der auf Null ist, bin ich tot. Ich brauche aber genauso viele Schüsse aufs Bein, wenn nur mein Bein schwarz ist, wie wenn alles bis auf den Thorax schwarz ist. Ich verliere mit jedem Schuss diese 16,09 Prozent und am Ende sind es genauso viele Schüsse in beiden Situationen. Wie das aussieht, werdet ihr jetzt in diesem Clip hier sehen. Im ersten Clip habe ich nur ein Bein schwarz und es wird mir die ganze Zeit wieder auf das schwarze Bein geschossen. Und im zweiten Clip bin ich nur noch ein Thorax und es wird mir auch wie jedes Mal aufs gleiche Bein geschossen oder auf ein schwarzes Bein geschossen und ihr seht, wie die Gesundheitsentwicklung ist. Und im zweiten Clip bin ich nur noch ein Schuss. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das Thema nach dem Patch, der uns bevorsteht, überhaupt so bleibt. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. Nicht, weil ich glaube, dass Battlestate schon daran gedacht hat, dass man da was tun müsste, sondern einfach, weil Veritas recht gute Kontakte hat zu Battlestate Games. Und er schon angekündigt hat, dass er das weiterleiten wird, auch an Nikita, dass das einfach keinen Sinn macht. Und ich gehe davon aus, dass da auch was passieren wird, ist bei Battlestate recht häufig so. Wenn ein bekannterer Streamer herkommt und mal was erwähnt, zumindest aus dem englischsprachigen Raum, dann wird da auch was gemacht. Wer jetzt genau aufgepasst hat, der kann sich auch vorstellen, warum die Taktik, auf Beine zu schießen bei gut gepanzerten Gegnern, sehr erfolgreich sein kann. Und vor allem mit Shotguns extrem erfolgreich sein kann. Denn nehmen wir mal an, wir haben jetzt jemanden, der mit einer Shotgun, mit Buckshot auf die Beine schießt. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle acht Pellets einen Treffer machen, ist relativ hoch. Einfach, weil in Tarkov der Platz zwischen den Beinen nicht besonders groß ist und die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass man zwischen den Beinen durchschießt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwischen 200 und 256 Schaden mache bei einer Buckshot, es sind acht Pellets, A32 Schaden, die ist doch relativ hoch, sodass ich mit einem Schuss schon die Beine schwarz habe. Jetzt haben wir gelernt, dass jeder weitere Schuss auf die schwarzen Beine prozentual von den anderen Körperteilen abgeht. 256 Schaden sind mehr als die Hälfte von dem, was wir hier an Gesamtgesundheitspunkten haben. Sprich, mit zwei Schüssen wäre der Thorax auf null und das Thema ist erledigt. Also im Idealfall brauche ich drei Schüsse mit einer Shotgun auf die Beine und egal, was der Gegner für Rüstung trägt, er ist hinüber. Im dümmsten Fall muss ich noch einen vierten landen, aber sind wir ehrlich, mit einer vollautomatischen Shotgun ist das überhaupt kein Problem. Also in solchen Situationen, Factory zum Beispiel, mir kommt einer entgegen, ich habe nur eine Pumpgun, natürlich ideal, wenn ich eine Autopumpgun habe, dann immer fett auf die Beine gehen. Das ist immer noch die wirkungsvollste Methode und generell, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dem Gegner durch seine Rüstung eben nichts anhaben könnt, auch mit einer MP5 unterwegs seid und die nicht durchs Face Shield geht und so weiter, dann sind die Beine halt immer noch das Beste. Natürlich mit einer MP5 ein bisschen schwieriger, immer auf die Beine zu treffen, als es eben mit einer Bugshot ist. Aber es ist eben die effizienteste Methode und genau aus den von mir eben genannten Gründen. Damit sind wir durch mit diesem Video und es ist viel, viel umfangreicher geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich wollte nämlich eigentlich nur ein Video machen zum Thema Schaden bei Schüssen auf schwarze Körperteile. Einfach nur die neuen Erkenntnisse mit euch teilen und habe dann irgendwann auf die Idee geswitcht, dass ich doch ein Video zu schwarzen Körperteilen im Generellen machen möchte und das ist jetzt draus geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das Video live geht, ist Sonntag, 10 Uhr und da werde ich gerade den Stream anschmeißen. Ich werde an diesem Sonntag zwei Streams haben, einmal um 10 Uhr und einmal um 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr da Bock habt, schaut bitte vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Und wenn ihr mir dann live im Chat noch sagt, was ihr vom Video haltet und euch mit mir unterhalten wollt, dann bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber. Danke nochmal vielmals an Veritas. Dann muss ich auch noch Doxlog danken, der mir mit ein paar Aufnahmen geholfen hat und mich beschossen hat in der Nacht. Und wie gesagt, No Food After Midnight ebenfalls herzlichen Dank. Ich werde euch die Kanäle von genannten Personen in der Beschreibung verlinken und ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ihr seid die geilsten. Haut da rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.